Herzlich Willkommen zu meinem bester Feind. Die Aufgabe heute ist, du darfst einmal mit mir mitfliegen. Du machst es? Ja. Leck mich am Arsch. Sauberes Ding. War das Softcore? Ja. Du bist echt der Allergeilste. Stefan? Jawohl. Aufgeregt? Noch geht's, immer noch. Gut Stefan. Ja. Hab mich gefreut dich kennenzulernen. Ferdin. Schon spielen wir's. Mach's geil, Alter. Ciao, Jakob. Viel Spaß. Bring halt den Mittel runter. See you later. Joko, hörst du mich? Ich kann ihn klar und deutlich hören, ja. Alles klar, ich dich auch. Wir haben wieder kostenlose Mühe gesteuert hier bei ProSieben, haben das modernste Funkgerät aus dem Museum geholt, was wir gefunden haben. Und damit kann ich mit Stefan den ganzen Flug kommunizieren. Los geht's, 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 geht's. Ich warte nur auf den Moment, dass er jetzt aufreißt. Wie er schon schreit. Oh mein Gott. Jetzt gucken wir uns erst mal, ob wir angeschnallt sind. Ja. Ja, ganz langsam. Ihr fliegt doch im Kopf. Da kommt ganz schön den Druck auf den Kopf, gell? So, und jetzt ziehen wir's. Da kommt das Starnchen so ein bisschen, gell? Dann schießt das Blut vom Kopf in den Arsch. Bink! Stefan, was ist denn los? Du redest ja gar nicht mehr mit uns. Kannst du schon mal reden? Oh, leck mich am Arsch! Können wir jetzt gerade ausschauen? Wie war das Codewort nochmal? Das musst du ja schon selber merken, mein Freund. Haben wir vier Zeiten noch alle? Guck mal, guck mal, guck mal! Oh, Alter! Oh Gott! Na, 20 Minuten, dann hast du's! Sack ab! Na, ich komm langsam auf die Schmerzgrenze! Na gut, aber wenn du langsam erst dahin kommst, wenn du schon da wärst, könnten wir ja aufhören, aber... Der Dem ist kotze schlechter, als wir erzählen, was du willst. Ich glaub, das Blut geht in seinem Körper. Pass auf, Mutter! Der nennt den aber richtig hart dran. We are your overall Always we, Matthew! Oh! We are big! Also wenn's nach uns geht, Matthias, kannst du hier jetzt so ein richtig schönes Finale nochmal machen. Wenn du noch was hast, wo du sagst, dann kriegst du ihn noch mit, ne? Wir werden soweit. Was macht denn jetzt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Er ist wieder auf dem Boden. Gratulation. Befeier dich brutal, Alter. Ohne Scheiß. Halt den Baul. Geil, Alter, wie du aussiehst. Oh mein Gott. Warum? Alter, mir kribbelst meine Lippen kribbeln. Meine Finger, meine Zähne kribbeln. Aber ich bin lustig, wie frisch Matthias da sitzt. Als wäre nix gewesen, ja. Geil, Alter. Ohne Scheiß. Bitte, dass du rauskommst. Ja, ja, ja. Leck. Du, wir haben gerade gesagt, der hat zehn DVDs geschenkt bekommen. Sag es ihm jetzt, komm. Stefan, du kriegst eine von den Plains DVDs, okay? Im Ernst, das? Ja. Wir wissen, wie man Leute glücklich macht. Männer, vielen Dank, dass ihr Glück gemacht habt. Ja, ist auch cool. Ein großer Spaß, wirklich. Ja, andere Leute zahlen dafür viel Geld. Ja, wir. In dem Fall haben wir das gemacht, aber egal. Gut, ich will wieder sagen, zurück ins Studio. Dankeschön. Das war's. Das war's.